Und der einzelnen Mannschaft Silbermedaillen Gewinner der Olympischen Spiele von London. Gerko Schröder mit Davino Q. Also der kurze Blick auf die Familie von Davino Q. Vingino ist der Vater, selbst internationaler Springer vom Voltaire Malcassini 1. Und dann über Monaco und Glendale weitergezogen. Ja, glänzende Runde hier von Gerko Schröder unter Davino Q. Dann schauen wir doch mal auf die Liste insgesamt. Das sind dann insgesamt jetzt zehn Paare qualifiziert. Edvard Levy aus Frankreich, Dennis Lynch aus Irland, Charlotte Bettendorf aus Luxemburg und Katharina Romberg aus Österreich. Und die Deutschen, Christopher Kläsiner, Hans-Peter Konle, Philipp Rüping, Cedric Wolf. Und zu dieser Liste kommt natürlich jetzt eben auch die Niederlande dazu mit Gerko Schröder. Vielleicht ja auch Russland mit diesem achtjährigen Wallach namens Schaspik und Wladimir Belet.